Hopel sind lecker, wie frisch vom Bäcker. Mhh, lecker. Es gibt Dinge, die kennt jeder, aber keiner will sie hören. Es gibt Dinge, die isst jeder, nicht nicht, werden alle schwören. Es gibt Dinge, die hat jeder, kostenlos und stets dabei. Salz ist süß und immer lecker, nur ist mit hart oder weich wie breit. Als Kind darfst du's genießen, keiner schert sich was darum. Mit dem Finger in der Nase spießen, Fuß bei Jogi, weiß warum. Genüsslich in der Nase bohren, danach die Hand zum Mund. Buchophagie sagen die Ärzte, bist du glücklich ungesund. Hast du auch die Nase voll? Hast du auch die Nase voll? Du brauchst dich nicht schenieren. Hast du auch die Nase voll? Dann lass uns mal probieren. Hopel sind sattig, süß und geschmacklich. Wenn man sie isst, dann pack den Jogi doch. Hopel sind lecker, wie frisch vom Bäcker. Wenn man sie isst, dann pack den Jogi doch. Schule, Sasterita, zwei Reihen schwingt vor mir. Ich war verliebt über beide Ohren, doch dann ist es passiert. Tief, ganz tief, wird ganz tief zu bohren. Die Nase hat traktiert, ihre roten Lippen haben das Ergebnis inhaliert. Am Abend bei der Party kam sie ganz nah zu mir. Ihr Mund kam immer näher, ich rannte schnell zur Tür. Unsere Liebe hatte grad begonnen, da war schon alles aus. Es lag am Nasebohrn, da nahm ich dann Reiß auf. Hast du auch die Nase voll? Hast du auch die Nase voll? Du brauchst dich nicht schenieren. Hast du auch die Nase voll? Dann lass uns mal probieren. Hopel sind saftig, süß und geschmacklich. Wenn man sie isst, dann pack die Rieter doch. Hopel sind lecker, wie frisch vom Bäcker. Wenn man sie isst, dann pack die Rieter doch. Jeder kennt eine Rieter oder hat den Jogi dabei gesehen. Es gibt nix zu leugnen, Nase bohren ist einfach schön. Drum lasst es uns genießen. Scherf euch nicht darum. Tief in der Nase spießen. Ihr wisst ja selbst warum. Hast du auch die Nase voll? Hast du auch die Nase voll? Du brauchst dich nicht schenieren. Hast du auch die Nase voll? Dann lass uns mal probieren. Hopel sind saftig, süß und geschmacklich. Wenn man sie isst, dann nieder sagt. Hopel sind lecker, wie frisch vom Bäcker. Wenn man sie isst, dann nieder sagt. Hopel sind saftig, süß und geschmacklich. Wenn man sie isst, dann nieder sagt. Hopel sind lecker, wie frisch vom Bäcker. Wenn man sie isst, dann nieder sagt. Ich hab die Nase einfach voll. Ich hab die Nase voll. Ich hab die Nase voll. Vielen Dank.